Okay, danke dir. Kannst du uns jetzt ein bisschen in der MDRS herumführen? Ist es possible, dass die Schuhe uns around a bit? Ja, einen Moment bitte. Okay. Also, wir sind hier auf der ersten Flur. Und das ist quasi der ersten Schock. And these are the rooms, the staff-up rooms. This is my favorite place in Indiados. Also, das ist hier ein bevorzugter Ort in der MDRS. All the names of some people who have ever been here, on these doors. Also, auf diesen Dürren sind die Namen aller Menschen, die jemals in der MDRS waren. Here is the kitchen. This is a little kitchen in here. Also, Sie haben dort auch eine kleine Krippe, natürlich. And you're looking on the window now, outside. Das ist ein Blick aus dem Fenster. Ja, vielleicht. Ja, sehr viel besser. Danke. Jetzt mach's weiter hier. Können Sie es sehen? Und hier auch? Oh, thanks, ja. So, man sieht, dass da ist wirklich, das schaut wirklich aus, als wenn man Mars wäre, wenn man mit dem Fenster wasscht. Looks like you're a Mars. You've got to win. This is our library. Okay, what's your favorite book in there? Sorry, can you repeat that? I was just asking, what is your favorite book in the library? As I was reading, it's more. My favorite book in the library is Dune. I'm not really sure if it is in here. Okay. Okay. Ah, great. I love that. See you again. So, this is... Now, I'm going to go downstairs. These are the stairs. Don't fall. I'll try. This is the lower dip. This is the science bay. This is the... The time, wo Wissenschaft gemacht wird. This is the... The EVA room, where we're getting dressed. Also, das ist jetzt der Raum, wo sie sich in die Anzüge schenken gegenseitig, bevor sie rausgehen. Maritina, da habe ich eine Frage. Spacesuit. Ja? Wie lange dauert es, diese Anzüge anzuziehen, bis man bei der Tür raus ist? So, how long does it take to put on the suit until you're out the door? Eine halbe Stunde. Würde ich sagen, rund eine halbe Stunde. Ah, okay, danke. Also, here we have the engineering exit. Also, here we have the engineering exit. And here is the shower. And the rest of the facilities. Okay, this is... And this is it. I will show you one last thing, which I also think is great. I'm just going into the decompression room now. So, this is where people are waiting to decompress. It's a very tiny room. And if you look on the window outside, you can see the ATVs. Okay, sie ist jetzt in der Dekompressionskammer. Das heißt, wenn die Leute wieder reinkommen von draußen, müssen sie dort quasi die Dekompression abwarten. Und was man dann beim Blick aus dem Fenster gesehen hat, waren so Quadbikes, mit denen sie da in der Wüste herumfahren. Und hier ist die Mars-Flag. Also, das ist die Flagge des Mars. Und mehr Radios und mehr Equipment. Und ich bin fertig. Okay, danke dir für den Rundgang. Thanks a lot for the workaround.